Für die Wähler, für die Wähler, wir werden in Kürze, und zwar um 5 nach 4, da drüben ist eine Uhr, 5 nach 4, werden wir hier ein Großplakat eröffnen, äh, enthüllen, weil das in deutschen Wahlkämpfen eine alte Tradition ist. Sie werden mit mir einer Meinung sein, dass Wahlen nicht mit Plakaten gewonnen werden. Aber, wir versuchen es trotzdem. Sie alle, und damit spreche ich jeden einzelnen Land von Ihnen, hat die Möglichkeit und die ehrenvolle Pflicht, uns dabei zu helfen. Die herkömmlichen Altparteien haben in den letzten 60 Jahren gezeigt, dass sie keine Lust haben, mit Verantwortung umzugehen. Das haben wir auch nicht, aber wir sind jünger, wir sind schöner und wir hören die bessere Musik. Wir blicken auf die Uhr. Wie ich sehe, nähert sich der Zeiger, der Große, der Eins, in 5 Minuten etwa. So lange haben Sie Gelegenheit, hier noch eine Zigarette zu rauchen und diesen sommerlichen Septembertag zu genießen. Vielen Dank erst mal. Hurra! 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 Dann meine ich maßgeblich. Hurra! Dann wollen wir mal sehen, was die Uhr sagt. Der Zeiger zuckt noch ein wenig. Ich denke, wir lassen das mal so als spannungssteigerndes Element so stehen. Maßgeblich! Maßgeblich! Hier sehen wir einen Vertreter eines russischen, ja russischsprachigen Internetfernsehsenders aus Amerika. Dieser junge Mann vereint alles Böse in seiner Person. Vielen Dank! Ich möchte Sie dann bitten, die Kamera anzuschmeißen, es geht gleich los. Pressevertreter haben gegen 16.20 Uhr hinter dem Plakat die Möglichkeit, mit heraussagenden Vertretern der Partei, die Partei, Gespräche zu führen. Und wenn ich sage Pressevertreter, meine ich keine 14-jährigen Mädchen, es sei denn, sie arbeiten für die Presse. Die Spannung hat jetzt gleich ein Ende. Natürlich warten wir noch auf den 18. September. Das ist der Tag, der Sonntag der Abgeordneten-Auswahl in Berlin dieses Jahr. Bevor hier das Chaos ausbricht, was ja nicht unmöglich ist, möchte ich noch alle Anwesenden darauf hinweisen, dass am Samstag, den 17. September 2016, im MESO 36 ein Stück die Straße runter und eine große Gala-Veranstaltung Triumph des Wäldens stattfinden wird. Der Eintritt beträgt 10 Euro für graue Anzugträger, beziehungsweise Kostümträgerinnen, der MES liegt auf 5 Euro. So viel dazu. Wir kommen jetzt zur Entschuldigung eines Großplakats, dass die Plakatlandschaft in Berlin in diesem Wahlkampf bereichern wird. Darf ich vielleicht mal der V-Malber um Applaus bitten? Vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt euch. Das war's im Wesentlichen. Hurra! 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 Ich bin sehr glücklich, dass ihr heute an diesem wunderschönen Tag hergekommen seid. Ich bin ein bisschen traurig, dass das angekündigte Gewitter nicht stattfindet. Wir sind herzlich eingeladen, hier euer persönliches Selfie mit uns zu machen. Ich bin sehr stolz auf mich und Nico, dass wir so fabelhafte Kandidaten für die Partei sind. Und um unsere Volksnähe zu beweisen, haben wir hier ein Plakat gemacht, auf dem ihr die Hauptdarsteller seid. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, diesen alten Mann nach vorn zu stoßen und ihn zu ersetzen. Vielen Dank! Danke! Ja! Was ist denn so ein Freibier? Das gibt es nach der Wahl.